Die Stein-Farriere hat sich ein bisschen auf die Jungs ins Maratner nach vorgeschaut. Giroud, Urting. Warnschau. Schon das verfolgt von Giroud. Das hat er clever gemacht. Ging alles Zeit. Großgeaxe. Starke jetzt der Hälfte. In der zweiten war er überwiegend defensiv gefordert. Vier gelaufen. Das kommt der 23-Jährige. Da war ein vieles Änderspiel, mit dem hatte keiner gerechnet. Nach der Verletzung von Wendern ins Team. So, wir schauen auf die Uhr. Zweite Minuten noch. Scholl. Frankreich als letzter Mal. Oh, ganz falsche Entscheidung. Deutsche Bank spricht auf. Ist böse. Zurecht. Hinter Einruf. Für Weiß geht es. Pogba. Rémi. Noch mal, Pogba. Vielleicht muss er schon im Gegner zählen, verdient ihr den Schock. Das ist ein Heißsporn. Ein sehr guter Satz von Thomas Müller. So, jetzt kommt die letzte Minute, die Uhr läuft runter, Loris, okay, frag ich das aus, Sie sind alle vorne, und ich bitte ihn mal direkt auf Schorne, und jetzt nochmal Müller, Müller gegen Kocheni. Herr Müller, nochmal zu lang, kontrolliert, noch zu uns, wir gehen, noch ein Punkt vorbei, vor Ries, der lange Schlafer Kocheni, Porteng dazwischen, Riesmo, Schweinsteiger, das ist Benzema, Benzema, vor, lang, Doppelpack, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, ganz Schlussmöglichkeit, Pogba, Matuidi, das sollte es gewesen sein, das sollte es gewesen sein. Was für eine Dramatik, mit einer Hand, die ja gar nicht hochgerissen bekommen, jetzt sind wir noch ein neues Klackbein, das ist toll, das ist purer Ergebnis zu spüren, wie ihr seht, das ist nicht das schöne Spiel, aber das ist sowas von egal, Sie sind nur noch wenn ein Haus vom Halbfinale entzündet, sehr gemeint, unglaublich stark ist, das ist das schöne Schlafer Kocheni. Und jetzt ist es geschafft, der Schock, Stürb und Döne, ist die TX-TX, wir sind die TX-TX, Und es bleibt dabei in diesem Jahrhundert...